Sura 80 Abeseh Er runzelte die Stirn Offenbart zu Mekka 42 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abarmas des Barmherzigen Er runzelte die Stirn und wandte sich ab, als der blinde Mann zu ihm kam. Was lässt dich aber wissen, dass er sich nicht reinigen wollte oder dass er Ermahnung suchte und ihm somit die Lehre nützlich würde? Wer aber es nicht für nötig hält, dem kommst du bereitwillig entgegen, ohne dir etwas daraus zu machen, dass er sich nicht reinigen will. Was aber den anbelangt, der in Eifer zu dir kommt und gottesfürchtig ist, um den kümmerst du dich nicht. Nicht so! Wahrlich, dies ist eine Ermahnung, so möge, wer da will, diesem Eingedenk sein. Es ist eine Ermahnung auf geehrten Seiten. Sie sind emporgehoben, rein, in den Händen rechtschaffener Sandboten, die edel und tugendhaft sind. Verderben auf den Menschen, wie undankbar ist er! Woraus hat er ihn erschaffen? Aus einem Samentropfen hat er ihn erschaffen und gebildet. Dann hat er ihm den Weg leicht gemacht. Dann lässt er ihn sterben und lässt ihn ins Grab bringen. Dann, wenn er will, erweckt er ihn wieder. Nein, wahrlich, er hat nicht getan, was er ihm geboten hat. So soll der Mensch doch seine Nahrung betrachten. Siehe, wir gossen das Wasser in Fülle aus, alsdann spalteten wir die Erde in wunderbarer Weise und ließen Korn in ihr wachsen und Reben und Gezweig und Ölbäume und Palmen und dicht bepflanzte Gartengehege und Obst und Futtergras als Versorgung für euch und euer Vieh. Doch wenn das betäubende Getöse kommt am Tage, da der Mensch seinen Bruder fluchtartig verlässt, so wie seine Mutter und seinen Vater und seine Frau und seine Söhne, an jenem Tage wird jeder eigene Sorgen genug haben, die ihn beschäftigen. An jenem Tage werden manche Gesichter strahlend sein, heiter und freudig und andere Gesichter an jenem Tage werden staubbedeckt sein. Trübung wird darauf liegen. Das sind die Ungläubigen, die Unverschämten.